Oh, Entschuldigung. Heiß! Heißer! Du hast eine Lektion nicht gelernt. Gib mir Nachhilfunterricht. Aber gern. Komm her! Knall ihn ab, Jackson! Worauf wartest du? Knall das Schwein ab! Jackson, was soll denn das werden? Jackson, tu es nicht! Geht! Ha! 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 Du Scheissgarten! Jetzt habe ich aber die Schnauze voll! Nein! Wie konnte er daneben schießen? Hat er nicht. Ist alles in Ordnung? Ganz und gar nicht. Er hat mich angeschossen. Untersuchen Sie ihn. Na, wie sieht's aus? Ein einziger toter Scheißhaufen von Autohersteller. Wir brauchen einen Krankenwagen und ein paar Funkwagen. Und zwar plötzlich. Ja, Sir. Ich will einen ausführlichen Bericht. Gleich morgen früh. Gleich morgens? Gleich morgens. Lieutenant. Lieutenant? Lieutenant? Was, dann gibt's hier ein Echo oder was? Ja!